Heute will ich ein Labornetzteil bauen. Was ein Labornetzteil ist, das zeige ich euch jetzt hier. Das sind fertige Geräte, die man kaufen kann. Aber kaufen kann ja jeder. Ich möchte gerne eins bauen. Dazu braucht man im Grunde genommen als Basis erstmal ein Netzteil, was eine Basisspannung zur Verfügung stellt. So wie das da hier. Das ist ein 240 Watt Netzteil, 24 Volt, 10 Ampere. Da brauchen wir ein DZ, eine Power Supply. Das ist das wunderschöne Gerät aus China. Dazu werde ich noch mehr sagen. Dann brauchen wir dazu Bananen, Bananenbuchsen, ein Kaltgerätestecker, ein Kaltgerätebuchse mit Sicherung, ein An- und Ausschalter. Natürlich ein Stromkabel. Ein Gehäuse, wo wir das Ganze rein verpacken. Ihr seht, es ist nicht schön verpackt, muss ich sagen. Das ist halt so ein Standard Kunststoff. Normalerweise sollte das wenigstens ESD-gerecht verpackt sein. Warum, das zeige ich euch jetzt. Wenn wir das Ganze mal rausnehmen. Ich halte es mal ein bisschen höher, damit ihr es besser seht. DZ Power Supply ist eigentlich, hier haben wir ein Rädchen zum Ändern der Spannung oder Strom. Hier haben wir Knöpfe zum Spannung und Strom einstellen. Hier haben wir Set, da kommt mal ein Menü rein und so weiter. Über On-Off bei dem Gerät wird dann quasi die Spannung an den Buchsen, hier werden wir sie abgreifen, und zwar an diesen Buchsen hier, greifen wir die dann ab über Bananenstecker, können wir unsere eingestellte Spannung und unseren eingestellten Strom abgreifen direkt. So, wenn wir uns mal hinten reinschauen, dann können wir direkt in die Elektronik reinschauen. Und das ist das Problem, warum ich sage, dass es nicht ESD-gerecht ist. Wer jetzt nicht weiß, was ESD ist, ich blende es mal kurz ein. Es ist auf jeden Fall ziemlich kritisch, wenn ich jetzt anfange, hier drauf rumzutatschen, es reicht schon, wenn ich auf den Anschlüssen rumtatsche, dann schädige ich die Elektronik hier drin schon mal. Und wenn das so verpackt kommt, dann weiß ich nicht. Dann habe ich da kein Vertrauen eigentlich. Kommen wir trotzdem noch mal kurz dazu. Ich habe mir den DPS 3005 gekauft. Können wir vielleicht besser so lesen. Der kann bis 40 Volt Eingangsspannung von 6 bis 40 Volt. Und die Ausgangsspannung liegt dann bei 32 bis 0, von 0 Volt bis 32 Volt. Aber das ist erstmal wurscht, 0 Volt ist ja eh wurscht. Und 5 Ampere, das heißt 160 Watt. Den DPS 5005, den brauchte ich mir nicht kaufen, weil der geht bis 55 Volt Eingangsspannung und 50 Volt Ausgangsspannung. Aber ich habe eh nur 24 Volt Netzteil. Ich kann schon die 32 Volt Ausgang hier nicht schaffen. Ich schaffe halt nur 24, aber das ist absolut ausreichend. Ansonsten werde ich mir einfach ein anderes Netzteil mal besorgen und werde das dann einfach auf entsprechend 40 Volt erhöhen, also dass ein 40 Volt Netzteil reinkommt. Und dann kann ich auch die 32 Volt rausziehen. Die 5 Ampere schaffe ich ja jetzt schon. Meins liefert ja 10 Ampere. Meins liefert 240 Watt und ich kann hier maximal 160 Watt rausziehen. Das sollte im Normalfall aber auch reichen. 5 Ampere und 24 Volt sollten normalerweise völlig ausreichen. Wer das eine Video letztens gesehen hat, wo ich die Motorsteuerung gemacht habe, da hätte ich gern 12 Volt gehabt. Ich hatte aber nur 24, weil ich nur das Netzteil hatte. Und das kann ich jetzt damit ändern. Damit kann ich dann halt die ganze Range abspielen und das reicht völlig aus. Bis zum nächsten Mal. 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 Oh, my God! Oh, my God! Oh, my God! Oh, my God! Ich bin fertig mit dem Gerät, soweit. Was habe ich noch gemacht? Ich habe noch Kaltgeräte-Stecker fertig gemacht, die man hier anschließen kann. Der Schalter ist an und es funktioniert. Damit habe ich jetzt meinen, achso, ich habe noch Löcher auf die Unterseite gebohrt, ein bisschen schief. Ist aber jetzt erstmal nicht so schlimm. Und Löcher in den Deckel, dass wenn man den hier so drauf setzt, dass der Lüfter die Luft rausblasen kann. Hier vorne nochmal ein paar. Ansonsten ist das Gerät eigentlich recht schick geworden, finde ich. Das war's jetzt von meiner Seite. Jetzt habe ich endlich mein Labornetzteil. Und ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.